Robert Scipio Freiherr von Lentulus war ein Offizier, der zunächst in österreichischen, dann preußischen und zuletzt bernischen Diensten stand. Leben Robert Scipio Freiherr von Lentulus entstammte einem angeblich ursprünglich römischen Geschlecht, das ab 1592 in Bern ansässig war. Sein Vater, Cäsar Josef von Lentulus, stand in österreichischen Kriegsdiensten und auch Robert Scipio trat nach Ausbildung auf der Wiener Jesuitenschule 1728 als Fernrich in das österreichische Heer, nämlich in das Dragona-Regiment von Philippi, ein. Im Rahmen des polnischen Erbfolgekrieges nahm Lentulus als Adjutant des bei Parma am 28. Juni erschossenen Feldmarschalls Graf Mörsi am Feldzug des Jahres 1734 in Italien teil. Später 1734 und 1735 wurde er auf dem Kriegsschauplatz am Rhein eingesetzt. Weiterhin nahm er am russisch-österreichischen Türkenkrieg von 1737 bis 1939 und während des österreichischen Erbfolgekrieges am Feldzug von 1742 bis 1744 in Bayern und Böhmenteil. Auch zu militärisch-diplomatischen Verhandlungen wurde Lentulus hinzugezogen. So zur Ordnung der Quartierlinie zwischen den kriegführenden Parteien nach dem Waffenstillstand von 1735 und zur Grenzregulierung zwischen dem Banat und Serbien nach dem Belgrader Frieden. Lentulus bildete sich außerdem auch geistig weiter und unternahm größere Reisen in Italien und in den Orient. Entscheidend für seine weitere Laufbahn war dann aber Lentulus' Verhalten bei der Übergabe von Prag während des Zweiten Schlesischen Krieges am 16. September 1744 gegenüber dem preußischen Befehlshaber ein Siedel. Lentulus, zu der Zeit im Dienstgrad Hauptmann, weigerte sich, die Kapitulationsurkunde mit zu unterzeichnen und zerbrach seinen Degen mit der zornigen Begründung. Er sei zum Kämpfen nach Prag kommandiert worden, aber nicht um sich zu ergeben. Dieses Verhalten beeindruckte den preußischen König Friedrich so sehr, dass er Lentulus in seine Dienste aufnehmen wollte. Lentulus lehnte zunächst ab, verließ aber die österreichische Armee, um für einige Zeit nach Bern zu gehen. Nach dem Friedensschluss von 1745 trat Lentulus dann allerdings 1746 doch auf Vermittlung des Fürsten Leopold von Anhalt der Sau als Kavallerieoffizier im Dienstgrad Major in das preußische Heer ein. Sein Patent wurde auf das Datum der Übergabe von Prag zurückdatiert. Außerdem wurde er zum Flügeladjutanten des Königs ernannt, schon jetzt eine außerordentliche Gunstbezeugung durch den König. Seine Heirat mit Elisabeth Luise Henriette Auguste Sophie, einer Tochter des Staatsministers und Oberstallmeisters Graf Friedrich Albert von Schwerin, An welche König Friedrich bei dieser Gelegenheit eine Ode richtet, trug dazu bei, dass Lentulus in Preußen heimisch wurde. Er beteiligte sich stark am Aufbau der preußischen Reiterei. Während des Siebenjährigen Krieges diente Lentulus zunächst im königlichen Hauptquartier und in diplomatischen Missionen. So überbrachte er nach der Schlacht bei Lobositz die Siegesbotschaft nach London, er kämpfte dann bei Prag und in der Schlacht von Collen. Besonders zeichnete er sich als Reiterführer in der Schlacht von Rosbach aus, als er die Verfolgung der fliehenden Franzosen und der Reichsarmee führte. In der Folge wurde Lentulus bei der Truppe eingesetzt und führte eine aus dem Garde du Korps und einem Regiment Gens Dames gebildeten Brigade. Mit dieser Truppe zeichnete er sich in der Leutenunterziten erneut aus. Wofür sich Friedrich mit einer Zahlung von 1000 Talern erkenntlich zeigte, noch 1757 wurde Lentulus zum Generalmajor befördert. Im April 1758 nahm Lentulus mit sieben Kürassier-Regimentern an der Belagerung von Schweidnitz teil und zog dann mit dem König weiter nach Meeren. In den Schlachten von Zorndorf und Hochkirch konnte er sich erneut auszeichnen. 1759 diente er in Schlesien. 1760 kämpfte er an der Spitze von zwei Dragoner-Regimentern in der Schlacht bei Lignitz und befehligte im darauffolgenden Winter die Postierungen. In Schlesien. Den Abschluss seiner Dienste in diesem Krieg war für Lentulus die Schlacht bei Reichenbach am 16. August 1762. Wo er wesentlich zum Sieg der Preußen beitrug wurde er zum Generalleutnant ernannt. 1768 wurde er von Friedrich zum Gouverneur des damals unter preußischer Herrschaft stehenden Neuchertel in der Schweiz ernannt. Er hielt sich allerdings nur selten dort auf, gab das Amt jedoch erst 1779 offiziell auf. Wie schon während seiner gesamten Laufbahn in Preußen gehörte Lentulus auch in den Jahren nach dem Krieg oft zur Umgebung des Königs, der ihn aufgrund seiner Bildung und Intelligenz schätzte. Bereits 1752 war Lentulus auf der Hochzeit des Bruders des Königs Heinrich mit der hessischen Prinzessin Wilhelmine anwesend. 1769 war Lentulus dann bei der Begegnung Friedrichs II mit Kaiser Josef II. in Neiße zugegen. Im Anschluss an die erste polnische Teilung wurde Lentulus 1773 nach Westpreußen entsandt, um von der neu erworbenen Provinz Besitz zu ergreifen und die preußische Herrschaft zu etablieren. 1778-79 nahm Lentulus im Dienst des Prinzen Heinrich am Bayerischen Erbfolgekrieg teil. Trat danach allerdings wegen seines hohen Alters in den Ruhestand, kehrte Lentulus nach Bern zurück und leitete dort das Militärwesen. Auf Lentulus' Empfehlung hatte die Stadt und Republik Bern bereits 1768 aus guten Schützen der oberländischen Regimenter die ersten drei Jägerkompanien gebildet. Im selben Jahr wurde Franz Rudolf Frisching zum Hauptmann der erste bernischen Jägerkompanie ernannt. Lentulus verstarb 1786 auf seinem Landgut Montrepus bei Bern. Sein Grab befindet sich bis heute auf dem höchsten Punkt des nach ihm benannten Lentulus-Hügels. In der Nähe wurde zudem eine Berner Straße nach Lentulus benannt. Er war Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler.